Es war einmal ein alter grauer Esel namens Esel. Dieser taugte seinem Besitzer schon lange nicht mehr zur Arbeit, so dass er ihn gern schlachten wollte. Dem Esel gefiel dies allerdings eher so semi, weshalb er sich aufmachte, um sich seinen lang ersehnten Traum zu verwirklichen. Kalaji! Ich rufe dich an, Baby! Den werde ich's Zeug zum Nichts mehr zu gebrochen. Ich gehe nach Bremen zum Rapper, bitte kratzes Gags, wir werden alle zweiten! Jodika! 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 Kommst du mit, dich im Bewerb, kein Bock als Salami zu sterben. Jodika! Jodika! Bomben Shit, bin so alt um zu jagen, man wollt mich auch schon begraben. Jodika! Jodika! Beschreib' nen Hit mit A und keiner ist zu listen. Jodika! Jodika! Beschreib' nen Hit mit A und A. Jodikas feier' ich nicht! Oha! Die geht nicht! Oh, I won! Jodika! Jodika! Warum bist du pissed? Kann keine Mäuse mehr fangen, noch für Mäuse das Singen anfang. Jodika! Jodika! Wir schreiben' nen Hit mit A und wer ist zu lit! Jodika! Jodika! Wir schreiben nen Hit mit A und wer ist zu lit! Dicke, ihr seht doch verdicht. Wow! Kaum. Mau! Jodika! Jodika! Warum bist du fit? Gönne mir noch kurz eifern und dann spitte ich mit! Jodika, Jodika, sie schreiben nen Hit! Keiner ist so hit! Jodika, Jodika, sie schreiben nen Hit! Save 1000 Klicks! Und so machten sich die vier auf den Weg. Unterwegs entdeckten sie eine Bleibe und da sie der Hunger plagte, entschlossen sie sich förmlich nach Futter zu fragen. Oh, wie kommt das so krass eskariert? Wir wollen nur Hallo sagen! Egal, lass einfach hier bleiben. Wir werden hier eine sehr lange Zeit gut leben können. Ja, genau. Vier tollwütige Tiere. Können eingeschäfert werden.